Hallo und herzlich willkommen liebe Weltraumabenteurer da draußen hier bei mir, dem Chris und Stationeers eine weitere Folge. Ja, ich habe hier nochmal ein bisschen umgebaut, weil ich festgestellt habe, dass das hier gar nicht funktioniert mit diesem Scheiß, weil der Active Vent macht so viel Druck auf die Pipe, dass sie irgendwann platzt und der Filter filtert nicht richtig, der hat das nicht hingekriegt. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich koppel das ab und wir brennen einfach Marsatmosphäre da rein. Die besteht ja zum großen Teil aus Xing-Shang-Shong und deswegen ist das ja eigentlich auch egal, sage ich mal. Die besteht ja zum großen Teil aus CO2 und das reicht uns ja eigentlich dafür. So, jetzt müssen wir hier noch einen Pipe-Meter einbauen, weil ich nämlich noch mit der, ja, ich schmeiße einfach weg, weil ich einfach für die Programmierung gerne noch ein paar Daten aus dem Netzwerk bekommen würde, aus der Pipe. Und was wir dann auf jeden Fall auch noch heute machen, ist, wir werden die Wallcooler noch anbauen. Die habe ich jetzt schon mal vorbereitend gebaut, dass das mal ein bisschen schneller geht hier. Und dann, ja, können wir hier versuchen, die Welt zu retten. Weil, wie ihr seht, ich habe auch das hier abgekoppelt. Und, ja, das werden wir jetzt gleich noch zurückbauen, weil das ist, ja, das war eine doofe Idee, weil wir ja eigentlich, ja, wir brauchen ja hier, ähm, naja, was soll ich sagen, wir brauchen ein Kühlmedium, sage ich mal, ja. Und nicht, ich habe ja hier vorgesehen gehabt, dass wir, ähm, das Gas, was wir fördern oder was wir reinbringen, dass wir das hier auch gleichzeitig als Kühlmedium benutzen. Das habe ich hier so probiert. Das ist aber irgendwie Blödsinn, was ich da probiert habe, weil dann sägliches Gas, was ich hier einbringe, ja, das habe ich mal so gebaut, ähm, das würde dann dafür sorgen, dass, ähm, dass das auch in unseren Tank kommt. Und das will ich halt nicht, ja. Ja, und deswegen werden wir hier nochmal ein bisschen spielen. Wir werden jetzt hier mal nochmal die Scheibe rausnehmen. Ähm, wir werden das gleich nochmal umbauen dazu. Werden wir hier auch nochmal, ne, hier die nehmen wir nicht raus, wir nehmen die raus. Und werden hier mal das Ding ausschalten. Der muss noch nicht laufen, ja, während wir jetzt hier nichts machen oder wenn wir ihn rumspielen. So, ich habe noch ein zweites Display, das ist dann, ähm, LED Kühlraumtemperatur und Kühlraumdruck. Oh, das können wir nochmal umbenennen, weil deshalb, da habe ich das Wort LED vergessen. Das ist nämlich blöd, weil dann weiß ich nachher nämlich nicht mehr, was das ist. So, LED Kühlraumdruck, Hammer. So, können wir wieder ausmachen. Ja, und, äh, was will ich jetzt tun? Ich werde jetzt hier die ganzen Kühler abnehmen wieder. Das, äh, dieses System, was ich mir überlegt habe, ist eigentlich total blödsinnig. Deswegen nehmen wir die wieder raus. So, und was wir jetzt hier machen ist, wir werden die Pipe mal etwas aufräumen. Das war jetzt eine blöde Idee. Und zwar werden wir jetzt hier Wallcooler anbauen. Und die Wallcooler, die brauchen ja, ähm, eine Pipe, wo irgendwas drin ist. In dem Fall haben wir ja schon was drin. Wir werden hier aber noch, äh, noch X einfüllen und so. Also, ich meine, hier ist schon was drin. Wir können ja mal gucken, was da drin ist. Äh, ja, das ist richtig. Das ist das Verkehrte. Hier haben wir schon CO2 drin. Und X. Oh, X sieht man gar nicht. Warte, müssen wir so machen. Ja, 64-Mull-X. Na ja, gut. Ähm, und das werden wir auf jeden Fall verwenden. Ja, so. Ähm, um jetzt hier einen Pipe, äh, einen Wallcooler anzubauen, müssen wir... Welches Werkzeug suche ich denn hier die ganze Zeit? Die Ranch suche ich. Die Ranch müssen wir nehmen. Und Pipes. Und jetzt müssen wir versuchen hier, ähm, Bögen einzubauen, die nach unten zeigen. So, einer, zwei, drei. So, jetzt nehmen wir die Wallcooler. Und die Wallcooler brauchen nämlich genau das, was wir gerade gesagt haben. Die brauchen... Was? Nein. So. Die Wallcooler brauchen nämlich genau das, was er gerade... Ah, jetzt können wir sie nicht anbauen, weil keine Scheibe drin ist. Na, na wartet, da machen wir keine Scheibe drin. Wir machen das anders. Wir machen das anders. Ähm, die Wallcooler brauchen halt dieses Gas. Und sie brauchen halt Strom. Und das werden wir aber alles da nur einbauen. Äh, Iron Sheets. Nein. Ähm. Das ist... Nein. Nein. Steel Frames, genau. So. Nein, nicht Steel Frames. Das war jetzt Quatsch, was ich da gerade gesagt habe. Ich brauche Steel Sheets. So. Und wir werden jetzt den Container einmal kurz anschweißen. Hier. Ich hoffe, dass das funktioniert, dass wir da noch an die Rohre rankommen. Das werden wir aber gleich sehen. Ähm. Ähm. So. Jetzt ist der einmal angeschweißt. Und jetzt können wir mal probieren, ob wir die Wallcooler dann da anbauen können. Ja. Können wir. Oh, verkehrt rum. Äh. Okay. Also wieder Propeller. Hier. Den Propeller nehmen. So. Und jetzt nochmal das Ganze. Ah ja. Das geht so rum nicht. Das ist natürlich blöd. Okay. Dann machen wir es anders. Äh. Dann. Ich bringe immer das Werkzeug durcheinander. Das geht mir voll auf den Zeiger, ey. Dann machen wir es anders. Dann nehmen wir den nochmal raus. Dann machen wir eine Scheibe rein. Und jetzt gucken wir mal, ob wir von hier die Teile jetzt einbauen können. Vielleicht müssen wir den Tank nochmal rausnehmen. Ah, das geht nicht. Nein. Ach man. Warum geht das nicht? Steht das nicht? Quar Support. Na, was für einen Support brauchen die denn? Die Außen an der Scheibe kann ich sie anbauen oder was? Ja. Außen an der Scheibe kann ich sie anbauen. Aber wenn ich sie außen an der Scheibe anbauen kann, dann muss ich sie doch innen an der Scheibe anbauen können. Uff. Bist du? Es ist... Es ist anstrengend. Es ist anstrengend. Wirklich. So. Der Tank ist jetzt natürlich hinfällig, weil das Gas weg ist, was da drin war. Aber das interessiert mich nicht. Äh. Das ist ja eh nur, äh. Forse Lulz und so. Das verstehe ich nicht. Warum kann ich jetzt hier nichts an... Waaah? Okay. Ähm. Lass mich doch mal raus. Lass mich doch mal raus. Oh ey, Leute. Okay. Wir probieren es anders. Wir nehmen noch eine zweite... Wo sind sie denn? Wir nehmen noch eine zweite Wand. Ah, wir brauchen noch Plastik-Sheets. Ähm. Ich muss mich immer wieder dran gewöhnen, dass ich meine Schränke aufräume hier. Das ist echt zum Brechen. Ich finde überhaupt nichts hier. Ich finde nichts wieder. Wo sind meine Plastik-Sheets? Hier sind zumindest keine. Seht ihr welche? Ich sehe keine. Hier sind keine drin. Hier sind keine drin. Vielleicht hier vorne drin? Ja. Hier sind sie drin. Und hier sind auch die restlichen Wände. Ja. So. Oh. Geht ihr mal den Krissel hier rumlaufen? Hehehe. Sehr schön, oder? Ah, ist doch geil. Das ist schon schön. So. Ja, kommen wir wieder nicht rein. Müssen wir von hier reingehen. So. Jetzt versuchen wir das mal, ob das funktioniert. Wenn wir jetzt hier nochmal eine Wand reinbauen. Ah, das geht nicht. Das ist lustig. Verdammt. Was soll ich denn das jetzt machen? Hm. Die brauchen Support. Aber eine Glasscheibe ist auch Support. Ich kann die innen an der Glasscheibe, kann ich sie nicht anbauen. Aber außen kann ich. Okay. Dann ist es doch einfach. Hm. Das geht nicht. Warum nicht? Wegen dem Rohr, oder was? Ey, jetzt mach keinen Scheiß hier, ey. Meine Güte. Funktioniert nicht. Gut. Die Idee ist also hinfällig. So. Jetzt nochmal. Ähm. Hä? Willst du mich jetzt rollen? Wieso geht denn das schalte die Scheibe da nicht rein? Was ist denn jetzt hier das Problem? Hä? 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 Placement blockt. Wovon denn? Von dem hier? Uff. Ich hab ja keiner. Wovon ist denn das blockiert? Ist doch nix. So geht's aber. So krieg ich ja da die Dings nicht dran. Na okay. Dann machen wir das anders. Dann machen wir die zuerst dran. Und dann gucken wir mal, ob das geht. Power critical. Ja, jetzt ist Power critical plötzlich. Ja, komisch, oder? Hm. Gut, ich hab ja nur eine kleine Batterie genommen. Ich hatte ja beide Rosenbatterien hier reingesteckt. Wer aufgepasst hat, hat das gesehen. So. Jetzt haben wir hier wieder genug Energy. So. Und jetzt haben wir hier eine Scheibe dran. Und jetzt müssten wir ja theoretisch, weil bei den anderen geht das ja. Ja, da geht's. Komisch. Ist ja seltsam. Achso, ja, es ist ja außen. Ach, scheiße. Wir müssen ja innen anbauen und das geht ja gar nicht. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Ich hab doch sowas aber schon gesehen. Na gut, dann machen wir das anders. Dann müssen die hier rüber wandern. Ist ja egal, wo die sitzen. Ja. Ähm. Ne, das ist schlecht. Da sollen sie nicht sitzen. Äh, okay. Dann müssen wir den. Müssen wir den hier auch noch wegreißen. Dann müssen wir hier nochmal das Rohr umverlegen. Ah, es sind 20. Es geht nicht weiter. Verstehe ich. Och. So. Und jetzt werden wir den Active Vent hier in die Ecke schieben. Ja. Dann werden wir den jetzt hier. Och, der geht wieder nur mit der Range. Ey, das ist jeder, jeder, jedes Teil hat sein eigenes Werkzeug, um es abzubauen. So. Jetzt nehmen wir das eine, die eine Pipe und fummeln die hier wieder zwischen. So. Jetzt brauchen wir Strom. Haben wir. So. Die könnten jetzt auch Strom kriegen, aber das fehlt noch eins. Und zwar, wir brauchen noch ein zweites, einen zweiten und einen dritten Cooler. Na gut, dann machen wir jetzt nur drei Kühler rein. Dann geht das halt nicht anders. Oder wir nehmen den noch mit nach oben hier irgendwo. Das könnten wir auch mal probieren, ja. Und zwar, äh, wenn wir den... Kriegen wir, müssen wir eigentlich hinkriegen, kriegen wir mal den hier wegnehmen. Den dafür hier anbauen. Ah, das geht nicht. Warum nicht? Warum kann ich an der Scheibe nichts anbauen? Ich, 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 ich... Ich verstehe es echt nicht, Leute. So. Und geht jetzt der Tank da noch hin? Steckt ein bisschen weit draußen, oder? Steckt draußen. Scheiße. Haha. Ja, da geht er nicht mehr hin. Ja. Da, wo er hin soll, geht er nicht mehr hin, weil der da liegt. Okay. Darf also hier unten nichts liegen. Okay. Dann, äh, machen wir es ein bisschen abgerissen. Aber wir machen es, äh, einfach funktionell. Das heißt, wir werden jetzt hier so eine lustige, äh, Spinne hinbauen. Genau so. Ach, dazu brauchen wir wieder das Werkzeug. Ey, meine Herren, ey. Es ist echt anstrengend. Ähm. So, jetzt haben die alle Strom, außer die letzte hier. Naja, natürlich hat die keinen Strom. Wie soll das auch gehen? Da kommt ja kein Strom hin. Puh. Und der Sensor geht auch nicht drauf. Voila. Ich hab gedacht, ich kann ihn hier so nach oben stufen, ne? So. Ne, das funktioniert nicht. Okay. Hm. Okay, okay, okay. Okay. Der geht nach da oben. Ich verstehe nicht, warum ich hier nicht den Sensor an der Wand klatschen kann. Oh, denn der, die Scheibe, das ging doch auch. Naja, gut, okay. Lassen wir das Thema. Geht dann halt nur so. Ähm, aber unser Temperatursensor fehlt uns ja immer noch. Den müssen wir ja hier trotzdem noch irgendwo mit einbauen. Also geht das mit vieren sowieso nicht. Dann geht das nur mit zweien. Ja, das ist dann leider so. Dann müssen wir. Ja gut, das können wir auch machen. Ja, das, ja, 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 ja. Wir machen es so. Das verschmeiden. Ja. Genau. Wir werden jetzt das Ganze noch um eine erweitern. Dann haben wir auf der anderen Seite auch noch Platz. So. So, 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 so. So. Können wir da nicht sticken? Ja, wollte ich meinen. Können wir da sticken. So. Jetzt müssen wir erstmal ausladen und dann noch Material holen. Ähm. Wir schmeißen jetzt erstmal weg. Die, die 5, die 9. Ähm. Die Pipes brauchen wir noch. Brauchen wir auch noch. Kabel müssen wir neue machen. Den Sensor müssen wir noch einbauen. Und dann brauchen wir Steel Frames. Reicht ja eins. So. Dann erweitern wir diesen Raum einfach um dieses eine Teil. Ist er jetzt wieder dran am Strom? Ja, ist er. Und da ist er auch dran, oder? Nee, da ist er nicht dran. Okay. Äh. Wieder das passende Werkzeug dazu auswählen. Dann haben wir den Tank. Jetzt können die... Oh ja, der habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Ähm. Oh, die haben das schon auf 6,2 Megapaskal aufgepustet. Oh, 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 oh. So, warum zeigen die jetzt nichts mehr an? Das verstehe ich nicht. Ach so. Ja. Weil, äh. Der hier einmal ab war. Gucken wir mal. Genau, das heißt, wir müssen jetzt noch mal schnell die Diskette holen. Äh. Wo ist er? Ah. Werkzeug wegpacken. Das, was ich gesagt habe schon mal, ne? Wenn irgendwann mal irgendwas ab war, dann funktioniert das nicht mehr. So, der heißt Small Tank. Das ist falsch. Der heißt... Äh. Kühltank. So. Das heißt, wir wollen hier den Kühltank haben. Die Temperatur, genau. Und hier wollen wir Kühltank haben. Pressure. Nenne ich noch was anderes? Ne, der kann nichts anderes. So. Jetzt haben wir hier den Druck und die Temperatur. Das ist okay. Alles ist schick. So. Jetzt brauchen wir noch ein paar Insulated Pipes. Weil wir dafür sorgen müssen, ähm... Und hier eine Gerade. Dann haben die auch Strom. So. Da ist das Schick. So. Dann hier auf der anderen Seite werden wir dann die beiden anderen Kühler einbauen. Äh... So. Dann brauchen wir wieder Kabel und unsere Schere. Und, äh... Machen hier einen Bogen. Machen hier ein T. Nein, wir brauchen einen Vierer. Äh... Und dann können wir eigentlich hier schon raus. Genau. Ähm... Und das können wir hier mal wegschneiden. Äh... Äh... Okay. Der pumpt hier alles rein. So. Das ist hier oben unser Kühlmittel. Unser Kühl... Ja. Kühlmittel... Äh... Bereich. Kühlmittelrohr. Was wir ja eigentlich noch, ähm... Isolieren müssten. Aber das machen wir nicht. Oh, jetzt haben wir den da so hingebaut. Oh je. Ob das geht? Naja, es ist ja nur... Es ist ja nur Forse-Lulz hier. Es ist ja nur so gespielt. Also, das ist ja nur provisorisch. Das werden wir ja noch zurückbauen dann. Ja, das hier. Das ist ja nur zum Tankfüllen jetzt hier. Das Kühlmittel. So. Ähm... Jetzt müssen wir hier mit unserem Rohr irgendwie runterkommen. Was habe ich mir jetzt hier ausgewählt? Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. So. Ja. So ist das schick. Kommen wir jetzt hier runter. Ah, seht ihr? Schon geht das nicht mehr hier. Oh, Mann ey. Puh. Dann können wir den hier auch zurückbauen. Splitten? Nein, ich will nicht splitten. Ähm... So. Den splitten wir hier auch mal auf. Den brauchen wir nämlich da an der Stelle nicht. Können wir hier einen Bogen machen. Ne, was habe ich denn hier eigentlich gebaut, ey? Ich weiß noch nicht, was ich hier gebaut habe. So. Dann haben wir den da durch. Okay. Das sieht schon mal gut aus. So will ich das haben. So. Jetzt pumpt natürlich nur noch einer rein. Aber ganz ehrlich. 5,2. Ja, das... Lass den hier brummen. Das ist alles gut. Der macht das schon. So, das ist hier fürs Befüllen. Für unsere... Ähm... Für unser Gas hier. Da werden wir uns mal ein bisschen was abfüllen dann. Und dann haben wir ja genau das, was wir wollen. Ähm... Wir werden... Diese Pipe nicht isolieren. Weil die natürlich auch wärmer abstrahlt. Was sie ja soll. Denn wenn ich hier drin kühle, muss ich ja trotzdem die Wärme abstrahlen. Also lassen wir die dran. So. Und hier... Ah, hier ist das schon ein bisschen anders, ja. Ist jetzt hier eine Kurve, ja. T-Stück. So. Hier müssen wir mal ein bisschen rausgehen, weil wir da ja noch den... Nein. Da haben wir ja noch den Wind. Und dann springen wir hier wieder rein. Welche Taste drückt? Ich drücke nämlich immer C. Jetzt habe ich keine Ruhe mehr. Hm. Na denn. Gehen wir mal Ruhe holen. Mutti, geh mal Ruhe holen. So. Gut. Ich würde sagen, wir sind ja schon wieder am Ende der Folge. Ähm. Ich werde hier noch ein bisschen rumspielen. Werd mal gucken, was ich hier für euch noch so basteln kann. Werd euch natürlich nicht allzu weit weg mitnehmen. Sondern, äh... Sehe zu, dass ich... Dass ihr möglichst nah dranbleibt mit dem, was ihr schon gesehen habt. Und mit dem, was ihr... Noch sehen solltet. Ja. So, was denn? Hat sie jetzt fünfmal die Links da drauf gebaut? Nein. So. Und dann, äh... Ja. Schauen wir mal, würde der Kaiser sagen. Also theoretisch müssten die jetzt schon funktionieren. Die funktionieren noch nicht. Warum nicht? Eigentlich... Ach so, weil hier innen drin keine Atmosphäre ist. Ja, ja, ja. Hier drin ist noch keine Atmosphäre. Deswegen können die das noch nicht machen. Ja. So. Okay. Weil die Cooler brauchen ja eine Atmosphäre. Ähm... Damit sie, äh... Das Gas halt aufbauen können. So. Also die Kühlwirkung. So. Aber die Kühlleistung ist jetzt hier da. Das haben wir alles angeschlossen. Das heißt, wir können hier schon mal Scheiben reinmachen. Dann haben wir das schon mal weg. An den Tank muss ich nicht mehr ran. Da können wir auch eine Scheibe reinmachen. Wenn die denn reingeht. So. Schauen wir mal. Ja, das sieht gut aus. Hier ist eine Scheibe drin. Hier ist eine Scheibe drin. Da ist auch eine drin. Aber die müssen sowieso alles noch steuern. Deswegen. Ist egal. So. Dann machen wir noch Rahmen dran. Von außen. Äh... Ja. Das ist verkehrt. Was machst du denn? Das ist korrekt so rum. Ja, genau. Ach, ich hab noch was vergessen. Aber das kriegen wir noch hin. Ja, das kriegen wir noch hin. Wir müssen nämlich einen Badgeriter haben. Der uns hier die Wallcooler alle mit einmal anmacht. Weil das kann die Dings nicht. Ähm... Das kann der EC10 nicht. Der EC10 kann nur die Sachen anknipsen, die man direkt anschließen kann. Sozusagen. Und wir können ja keine 5 Wallcooler anschließen. Deswegen. Oder 4. Und dann haben wir ja... Ist ja quasi voll. Da haben wir nur noch 2 Angänge oder Ausgänge. Das ist doof. Deswegen werden wir da noch ein bisschen nacharbeiten. Mit einem Badgeriter. So. Juti. Also. Ich, äh... Wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran. Abonnieren. Hier immer. Daumen hoch. Daumen runter. Schönen Kommentar schreiben. Und, äh... Ja. Bleibt gesund. Haltet durch. Wir schaffen das. Bis dann. Tschüss.